Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute werde ich euch zeigen, wie man ein automatisches Lager bauen kann, also ein Lager, in dem die Items von ganz alleine in die richtige Kiste sortiert werden. Dieses Lager besteht im Prinzip aus drei einzelnen Teilen, die wir hier zusammengebaut haben. Einmal haben wir dann natürlich den Sortiermechanismus, der also dafür sorgt, dass bestimmte Items in bestimmte Kisten sortiert werden, also zum Beispiel das Cobblestone eben in der Cobblestone-Kiste landet und sonst nirgendwo anders. Und dann haben wir noch zwei Anlagen, die im Endeffekt die Items einfach nur transportieren und zwar einmal einen Itemaufzug, der die Items nach oben transportiert und dann noch einmal eine Strecke aus Wasser und Eis, die eben dafür sorgt, dass die Items innerhalb des Lagers auch befördert werden können. In diesem Video geht es einmal um die grundlegende Idee und die Funktionsweise dieses automatischen Lagers. Wir werden uns hier ein Beispiellager anschauen und das auch bauen. Ihr könnt das ganze Konzept allerdings natürlich für euch selber anwenden, also ihr könnt ein größeres Lager bauen oder es irgendwie verändern, je nachdem wie ihr möchtet. Das geht jetzt hier vor allem eben um die Funktionsweise. Es werden übrigens auch bald Tutorials zu ganzen Lagerdesigns kommen, also wie man coole Lager bauen kann, die dann auch noch automatisch sind und wenn euch sowas interessiert, könnt ihr mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr und nebenbei helft ihr mir damit auch. Jetzt beginnen wir aber mit dem Lager und das erste, was wir bauen, sind die Lagereinheiten, also die Kisten, wo im Endeffekt die ganzen Items dann aufbewahrt werden und auch den Sortiermechanismus an sich. Hier seht ihr jetzt einmal, was wir brauchen für jedes Item, das wir sortieren möchten. Wenn wir zum Beispiel 20 verschiedene Items sortieren möchten, bräuchten wir jetzt 20 Mal das, was ihr hier seht, wobei ihr allerdings eigentlich nicht so viele Kisten braucht und auch nicht so viele Trichter. Allerdings kennt ihr das wahrscheinlich, dass man von einigen Items einfach sehr viel hat. Zum Beispiel von Cobblestone hat man ja meistens mehrere Doppelkisten und dementsprechend haben wir hier mal quasi Nummer sicher gewählt und haben hier eben genug Speicherplatz für die Items. In dem Beispiel, das wir heute bauen, wollen wir einmal die verschiedenen Wollfarben alle sortieren. Das bedeutet, ihr seht jetzt hier einmal die 16 verschiedenen Wollfarben. Die sollen alle automatisch in die richtige Kiste sortiert werden und alles, was keine Wolle ist, soll denn hier im Endeffekt in einer anderen Kiste aussortiert werden. Und wir fangen jetzt einmal mit dem Lagersystem an sich an. Und zwar wollen wir hier zum Beispiel, wo die schwarze Wolle ist, jetzt mal die Kiste für die schwarze Wolle platzieren. Das bedeutet, wir haben jetzt hier eine Doppelkiste und da sollen die Items alle reinsortiert werden. Im Prinzip reicht das auch schon. Wir könnten jetzt schon den Mechanismus, der das sortiert, hier hinten anbauen. Allerdings, wie gesagt, hat man manchmal ja mehr als nur eine Doppelkiste von den Items. Und deswegen würde ich euch empfehlen, das Ganze direkt zu erweitern. Denn im Nachhinein, das zu erweitern, ist ein bisschen nervig. Und deswegen zeige ich euch mal, wie das geht. Und zwar platzieren wir dann zuerst einmal von hinten mit Shift und Rechtsklick einen Trichter dagegen. Es ist immer wichtig, dass die Trichter richtig platziert sind. Ansonsten könnte es zu Problemen kommen. Und ihr solltet hier darauf achten, dass eben das kleine Rohr vom Trichter in die Kiste auch hinein zeigt. Und da oben drauf können dann wieder eine Doppelkiste. Und dann machen wir das gleiche nochmal wieder auf dieser Seite mit einem Trichter. Und was wir jetzt machen können, ist im Prinzip unendlich weit nach oben bauen. Das bedeutet, wir würden das hier jetzt immer so weitermachen. Und das sorgt im Endeffekt eben dafür, dass wenn jetzt hier oben zum Beispiel ein Item hineinkommt, ich tue mal die Redstone Fackel rein, dass sie quasi durch die Trichter hier immer weiter nach unten gebracht wird. Und dann hier unten im Endeffekt auch landet. Ihr könnt das Ganze auch anders bauen. Und so gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr quasi hier eine Doppelkiste habt. So, und dann immer nach oben baut. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel eine Doppelkiste habt, dass ihr die dann einfach so nach oben baut. Das sieht von vorne vielleicht ein bisschen cooler aus. Ist allerdings unpraktisch, weil jetzt hier die Items quasi nicht komplett durch die Kisten einmal durchgereicht werden, wie das hier der Fall ist. Also hier wäre es jetzt so, wenn alles voll ist und wir nehmen hier Items raus, dann rücken die quasi nach. Hier ist das allerdings nicht so, weil wenn hier jetzt quasi alle Items draußen sind und hier ist das voll, dann kommen die Items von dieser Kiste nicht mehr in diese Kiste hinunter. Wobei das hier in diesem Fall noch funktioniert, weil hier der Trichter ist. Aber hier drüber funktioniert es eben nicht mehr. Also wenn diese Kiste jetzt voll ist, könnte sie keine Items an die untere Kiste weitergeben. Und das finde ich halt persönlich ein bisschen nervig. Deswegen würde ich euch das nicht empfehlen. Aber es sieht halt ein bisschen besser von vorne aus. Also wenn ihr das möchtet, könnt ihr das natürlich machen. In diesem Fall würde ich euch übrigens empfehlen, vier Doppelkisten insgesamt zu nehmen. Also die hier brauchen wir alle nicht. Sondern das hier sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Es gibt natürlich Items, von denen man noch mehr hat. Aber die würde ich dann nochmal gesondert irgendwie speichern. Als nächstes platziert ihr dann auf die oberste Kiste nochmal einen Block. Und dann nochmal einen Trichter gegen diesen Block. Dann kann der Block auch wieder weg. Das war jetzt nur kurz temporär. Und dieser Trichter darf eben nicht nach unten zeigen, sondern muss woanders hin zeigen. Und was wir dann machen ist, wir schnappen uns einmal ein paar Baublöcke. Die könnt ihr euch auch frei aussuchen. Das könnte auch Kobbelzun zum Beispiel sein. Und davon platzieren wir einmal drei hier hinten an den unteren Trichter. Und dann noch einmal hier unten einen hin. Und dann platzieren wir hier nochmal einen temporären Block, der gleich wieder weg kann. Wir wollen nämlich nur hier und hier nochmal einen Block hin platzieren. Dass das Ganze dann ungefähr so aussieht. Und dann gehen wir einmal nach hier oben und platzieren einen Comparator. Der quasi aus diesem Trichter hinaus zeigt. Dann kommt hier dreimal Redstone hin. Und einmal hier unten einen Repeater hin. Der in diese Richtung zeigt. Und den lasst ihr einfach auf diesem ganz normalen Tick. Und hier vorne kommt dann nochmal eine Redstone Fackel hin. Und das wird jetzt dafür sorgen, dass wenn hier Items drin sind. Ich kann ja hier mal was reinlegen. Dann seht ihr, dass der Comparator anfängt ein Redstone Signal auszugeben. Und je mehr Items hier drin sind, desto stärker wird das. Und irgendwann ist das Signal so stark, dass es bis hier hinten kommt. Dann aktiviert es diesen Repeater. Und damit wird dann diese Fackel deaktiviert. Aktuell ist es nämlich so, dass diese Fackel dafür sorgt, dass dieser Block hier aufgeladen ist mit Redstone Energie so gesehen. Und wenn jetzt ein Trichter neben etwas ist, das eben geladen ist, dann wird er nicht mehr durchlässig. Das bedeutet, wenn hier ein Item drin ist, seht ihr, wird das nicht weiter in diese Kiste gebracht. Und das wird eben dafür sorgen, dass erst wenn hier eine gewisse Anzahl an Items drin sind, auch tatsächlich hier die Items hindurch können. Und das wird im Endeffekt eben die Grundlage dafür sein, wie wir das Ganze hier automatisch sortieren. Als nächstes schnappen wir uns dann einmal das Item, das wir hier hinein sortieren wollen. In diesem Fall ist das ja die schwarze Wolle. Und gehen dann einmal an den obersten Trichter und platzieren hier auf die hinteren vier Slots einmal ein Item, was niemals in das System kommen sollte. Das ist wichtig. Das bedeutet, ihr benutzt zum Beispiel hier ein seltenes Item, wie zum Beispiel Schildkröteneier. Dann müsst ihr allerdings auch immer im Hinterkopf haben, dass ihr eben keine Schildkröteneier in das System tut. Und wenn ihr jetzt ein großes Lager habt, wo alles sortiert werden soll, ist das natürlich ein bisschen doof. Was ihr dann allerdings machen könnt, ist zum Beispiel, dass ihr einfach Items umbenennt. Zum Beispiel, dass ihr hier einfach Kobbelstone umbenennt. Denn jetzt ist es so, dass normaler Kobbelstone hier nicht reinsortiert werden könnte, sondern nur Kobbelstone, der dann auch noch genau den gleichen Namen hat. Und das ist natürlich noch unwahrscheinlicher. Und jetzt müsst ihr nur noch darauf achten, dass ihr eben kein Kobbelstone mehr mit diesem Namen hier reinpackt. Und was wir denn nehmen, ist einmal einfach 41 von dem Item, das wir einsortieren wollen, also schwarze Wolle in diesem Fall, und legen das hier hinein. Damit ist jetzt der Sortiermechanismus im Prinzip fertig. Ihr seht, dass das Redstone-Signal hier fast bis ganz nach hinten kommt. Und würde jetzt ein einziges Item weiter hinein oder weiter den Trichter quasi berühren, das hier reingesogen werden könnte. Also entweder so ein seltener Kobbelstone-Block, sage ich mal, oder eben eine ganz normale schwarze Wolle. Dann wäre das Signal so stark, dass diese Redstone-Fackel ausgeht und dann eben die Items hier hindurch können. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich jetzt hier einfach mal ein bisschen schwarze Wolle raufschmeiße. Dann seht ihr, das Signal ist so stark, dass hier hinten die Redstone-Fackel ausgeht und die Items dann hier unten einsortiert werden. Und irgendwann ist es dann wieder so, dass hier wieder nur diese 41 Items drin sind und dann ist das Signal eben gerade so nicht mehr stark genug. Und dementsprechend kommen hier keine weiteren Items rein. Und das Gute ist, dass wir das hier jetzt komplett ausgefüllt haben, den Trichter. Das bedeutet, wenn jetzt andere Items hier hinkommen, dann würden die eben nicht eingesammelt werden, sondern nur dieses ganz spezielle Item, eben die schwarze Wolle. Ich kann da nochmal ganz viel hinschmeißen und dann seht ihr immer, dass es hier eben jetzt so viele Items drin sind, dass das Signal so stark ist und dass dann das Item hier unten automatisch einsortiert werden kann. Dasselbe, was wir jetzt gebaut haben, würden wir jetzt noch einmal für jede andere Wollfarbe machen. Das bedeutet, wir würden jetzt hier wieder eine Doppelkiste machen und dann das Gleiche nochmal. Das Einzige, worauf ihr jetzt noch achten müsst, ist, dass ihr maximal acht Kisten nebeneinander platziert. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann muss einmal ein Block frei bleiben und danach können wir dann wieder acht Kisten platzieren. Ihr könntet das theoretisch auch ohne die Lücke machen, allerdings würde das dann etwas komplizierter werden. Und ihr könnt auch andere Maßstäbe benutzen. Das bedeutet, ihr könntet zum Beispiel vier Kisten nebeneinander machen. So, dann ein Block freilassen, dann wieder vier Kisten oder zwei Blöcke mit Kisten und dann ein Block freilassen. Das ist egal, es dürfen nur maximal eben acht Kisten nebeneinander sein. Und genau das mache ich jetzt noch einmal für jede verschiedene Wollfarbe hier. Das bedeutet, wir haben hier jetzt insgesamt 16 von diesen kleinen Einzeleinheiten, sodass wir die ganzen verschiedenen Wollfarben eben dann auch sortieren können. Als nächstes bauen wir jetzt einen Mechanismus, der die Items nach oben befördert, denn wir wollen ja die Items hier oben auf die Trichter irgendwie drauf bekommen. Und wenn ihr euch vorstellt, dass das hier die normale Ebene von eurem Lager ist, müssen die Items hier nach oben. Und deswegen überlegen wir uns als allererstes zumal, wo die Kiste hinkommt, die quasi die Input-Kiste wird, also die Kiste, wo ihr die ganzen Sachen einfach reinschmeißt, die dann sortiert werden sollen. Ich finde es immer ganz gut, wenn sie direkt daneben ist. Das bedeutet, hier wären jetzt unsere Lager-Einheiten, hier ist die Input-Kiste. Hier würden wir jetzt die ganzen Items rein spammen, die einfach sortiert werden sollten. Und wenn ihr wisst, wo das Ganze hin soll, dann entfernt ihr das hier nochmal kurz und einen Block unter dieser Kiste macht ihr dann frei. Hier kommt jetzt nämlich eine Trichterbahn hin. Und zwar geht ihr dann nochmal drei weitere Blöcke hier entlang und dann nochmal drei weitere Blöcke hier entlang. Und hier ganz am Ende kommt dann ein Dropper hin. Das ist wichtig, dass es ein Dropper ist, also einer mit so einem Pfeil nach unten und kein Dispenser, der einen Kreis hat. Das könnte bei einigen Items sonst zu Problemen führen. Und das Ganze verbinden wir jetzt einmal und zwar hier mit zwei Trichtern. Dann hier nochmal ein Trichter und dann hier nochmal drei weitere Trichter. Und hier oben drauf kommt dann, wie gesagt, einmal die Doppelkiste. Und das bedeutet, wenn wir jetzt hier ein Item reinschmeißen, sollte es am Ende auch hier im Dropper landen. Und das funktioniert. Also ist das schon mal soweit ganz gut. Und jetzt wollen wir noch dafür sorgen, dass die Items vom Dropper auch nicht nur eingesammelt werden, sondern sofort, wenn ein Item hier drin ist, dass es auch rausgeschmissen wird. Und dafür platzieren wir hier vorne einmal einen Comparator. Dieser Comparator zeigt in diesen Block rein. Da oben drauf ist ein Redstone. Daneben ist dann nochmal ein Redstone. Und jetzt schnappen wir uns einmal kurz hier einen Baublock. Und platzieren hier oben drauf einen Block und auch auf den Comparator nochmal. Und dann entfernen wir nochmal die beiden Blöcke hier. Platzieren hier einen Redstone hin und hier einen Repeater. Wenn ihr den Repeater so lasst, wie er ist, dann ist das quasi die schnellste Einstellung. Ihr könntet das Ganze auch langsamer machen, wenn ihr möchtet, damit es nicht so sehr laggt. Und dann würdet ihr das auf den letzten Tick machen. Aber wir lassen das jetzt hier mal auf den ganz normalen Tick. Und das wird jetzt dafür sorgen, wenn jetzt hier Items reingeschmissen werden, dann sollten sie auch automatisch vom Dropper auch wieder rausgeschmissen werden. Und würde das jetzt hier zum Beispiel ein Dispenser sein und ihr würdet da einen Wassereimer da rein tun, dann würde der Wassereimer aktiviert werden und nicht einfach rausgeschmissen werden. Deswegen wollen wir hier auf jeden Fall einen Dropper haben. Und das nächste, was wir jetzt tun, ist, wir schnappen uns einmal Soulcent und platzieren die hier unten hin. Ich hatte letztens schon mal ein Tutorial gebracht zu einem Itemaufzug. Den könnt ihr natürlich auch benutzen, aber ich zeige euch hier mal einen anderen. Und zwar funktioniert der mit Wasser. Deswegen ist hier unten noch Soulcent. Und jetzt machen wir hier im Endeffekt nur ein kleines Rohr nach oben. Welche Blöcke ihr dafür benutzt, ist eigentlich egal. Ich benutze jetzt hier nur Glas, weil es ganz cool aussieht. Und je nachdem, wie hoch ihr das Ganze natürlich gebaut habt, braucht ihr dementsprechend mehr Glas. Wir wollen im Endeffekt, dass das hier quasi so eine abgeschlossene Reihe wird. Also auf diese Höhe, hier solltet ihr das bauen. Hier kommt dann gleich das Wasser an. Das bedeutet, wir bauen hier nochmal ein kleines Dach drauf. Das müsst ihr jetzt nicht nachbauen, das ist jetzt nur kurz für Demonstrationszwecke. Und das, was wir jetzt tun, ist, wir platzieren jetzt hier einmal auf jede Höhe einen Wasserblock. Das wird dafür sorgen, dass hier eben diese Blubberbläschen kommen, die eben nicht nur den Spieler, sondern auch die Items nach oben befördern. So, und dann natürlich auch ganz hier oben nochmal einen hin. Und dann wichtig ist, dass ihr hier ein Dach drauf macht, ansonsten fliegen die Items hier einfach nur so raus. Und dann können wir uns jetzt hier einmal irgendwas schnappen. So, wir nehmen jetzt mal Diorit. Und das sollte jetzt auf jeden Fall hier einmal durchgehen und dann immer noch oben geschmissen werden. Und dann seht ihr schon, wie das Wasser es eben in diese Richtung hier transportiert. Und jetzt werdet ihr schon sehen, das nächste, was jetzt natürlich noch fehlt, ist ein Mechanismus, der die ganzen Items denn von hier einmal über die ganzen Trichter transportiert. Und das werden wir als nächstes bauen. Um die Items zu befördern, benutzen wir jetzt eine Kombination aus Eis und Wasser. Ihr müsst nicht unbedingt Eis benutzen, aber es ist halt eine schnellere Variante. Ich benutze in diesem Fall jetzt Packed Eis. Und das platzieren wir jetzt hier einmal so entlang, neben jeden Trichter. Ihr könntet auch normales Eis benutzen, allerdings müsst ihr dann darauf achten, dass es eben nicht schmilzt. Ansonsten würde das Wasser hier eure Technik kaputt machen können. Und ihr könntet auch Blue Eis benutzen, das ist noch besser, allerdings auch sehr viel teurer. Deswegen würde ich euch Packed Eis empfehlen, das ist so die Kompromisslösung. Und dann kommen hier nochmal einen Block hin. Und im Endeffekt wollen wir eben eine Strecke, die immer zwei Blöcke groß ist. Das bedeutet, hier haben wir jetzt eine zwei Block breite Strecke. Und die soll dann hier hinten auch nochmal weitergehen. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich mit dem Wasser hier verbinden. Und was wichtig ist, ist, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass die Items quasi nicht komplett auf dem Trichter sind und nicht komplett auf dem Eis. Sondern wir wollen, dass die hier quasi auf diesem Zwischenweg sind. Denn es könnte sein, dass wir, wenn wir jetzt hier Items haben, dass sie hier in diesen Trichter hineinfallen. Und dann könnten sie eben nicht einfach mit dem Wasser hier rausgespült werden und würden festhängen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen aber auch nicht, dass die Items hier nur auf dem Eis sind, weil dann würde der Trichter sie nicht einsammeln können. Und wir wollen ja im Endeffekt beides haben. Also wir wollen, dass sie auf dem Eis sind und dass der Trichter sie einsammelt. Und deswegen wollen wir es hinbekommen, dass die Items hier ungefähr in der Mitte sind. Und um das hinzubekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr einfach Blöcke benutzen, die einfach ein bisschen kleiner sind als ein ganzer Block. Zum Beispiel eben Kisten. Ihr seht das, hier ist noch so eine Reihe von Pixeln nochmal extra. Das bedeutet, die Kiste ist kleiner als ein normaler Block. Und dementsprechend würden sich die Items jetzt hier perfekt so anlegen, dass sie hier eben über beides rüberkommen. Ihr könntet stattdessen auch zum Beispiel Cakes benutzen, also Torten oder Heunigblöcke. Die müssen auch funktionieren, aber ich würde Kisten benutzen, weil es die einfachste Variante ist. Und wir wollen jetzt im Endeffekt das Wasser eben so leiten, dass es hier gegenkommt. Und dann eben hier auf diese beiden Extra-Linien kommt. Und was wir dann machen ist, da wo wir einmal die Kiste platziert haben, platzieren wir dann nochmal Blöcke. Und zwar könnt ihr zum Beispiel Halbsteine benutzen oder ihr benutzt Fenster. Wichtig ist dabei, dass quasi die untere Hälfte hier noch frei ist, dass ein Item hier also durch kann. Und das ist ja hier bei dem Halbstein der Fall. Und auch bei den Fenstern ist das der Fall. Ich persönlich finde Fenster ein bisschen cooler, deswegen platziere ich die hier jetzt einmal auf dem Eis entlang. So bis hier hinten hin. Und den Rest, also die andere Seite, bauen wir dann voll mit irgendwelchen Blöcken. Das muss jetzt hier auch kein Glas sein. Ich benutze das nur, damit das hier ein bisschen schöner fürs Tutorial ist. Und dann können wir hier auch durchgucken und sehen, was passiert. Und dann machen wir hier hinten erstmal dicht. Da kommt dann später noch die Kiste hin, wo die Items dann einsortiert werden sollen. Und was wir jetzt machen, ist natürlich das hier auch noch einmal dicht, damit hier keine Items entlang kommen. Und jedes Mal, wo wir jetzt quasi keine Trichter haben, platzieren wir einfach eine Falltür. Das muss auch nicht aus Eisen sein, passt nur hier gerade zum Farbschema. Und jetzt seht ihr nämlich auch, wie so maximal acht Kissen nebeneinander sollen. Denn wir platzieren jetzt hier nämlich einen Wassereimer. Und Wasser fließt eben nur acht Blöcke. Das bedeutet, das würde jetzt hier aufhören. Und dementsprechend kommt dann hier wieder ein Wassereimer hin. Und hätten wir die Falltürn hier nicht, dann würde sich das Wasser auch hier zurückströmen. Und das wollen wir natürlich nicht. Sondern wir wollen, dass alles hier in eine Richtung geht. Und dann können wir hier hinten auch diesen Block hier einmal entfernen. Und dann seht ihr schon, das Wasser wird jetzt eben dafür sorgen, dass die Items hier hochkommen, gegen die Kiste gegenkommen und sich dementsprechend eben perfekt anordnen. So, dass sie hier über beide Blöcke hinüberkommen. Wir können das nochmal hier mit Diorit testen. Schmeiße ich mal hier rein. Und im Normalfall sollten die Items sich jetzt hier perfekt eben an der Kiste anordnen. Hier über beides rüberkommen, ihr seht das. Und weil natürlich Diorit hier nirgendwo einsortiert werden kann, läuft es eben einfach über und kommt am Ende an. Und die Wolle würde jetzt eben einsortiert werden. Um die Items, die jetzt aussortiert werden, im Endeffekt auch einzusammeln, könnt ihr natürlich hier unten dann auch einfach eine Kiste hin platzieren und die dann hier mit Trichtern einmal nach oben verbinden. Also hier würden jetzt ungefähr die Items ankommen. Das bedeutet, wir können im Endeffekt genau dasselbe machen, was wir hier auch gemacht haben. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen extra Speicherplatz für die ganzen Items, die nicht eingesammelt werden können. Und hier oben würde dann einmal so ein Trichter hinkommen. Und dann müsst ihr natürlich hier hinten aber auch alles dicht bauen. Und was ihr auch noch machen könnt, um das Ganze nochmal sicherer zu machen, ist hier noch ein Dach raufzubauen. Das wird eben dafür sorgen, dass zum Beispiel keine Monster hier reinfallen, falls ihr das an der Höhle baut oder sowas. Oder dass die Items eben auf jeden Fall nicht irgendwo rausfliegen. Und dann ist die Farm im Endeffekt auch fertig. Wir können das Ganze jetzt auch einmal testen. Das bedeutet, wir nehmen jetzt einmal ein paar Blöcke, die wir sortieren wollen. Also Wolle und nochmal ein bisschen was, was wir nicht sortieren wollen. In diesem Fall ist das Holz. Dann können wir mal zugucken, ob die Items dann auch tatsächlich richtig einsortiert werden. Und das Blaue sollte auf jeden Fall hier hinten irgendwo einsortiert werden. Das stimmt schon mal. Das Holz scheint auch durchzugehen. Das scheint jetzt nicht ganz bis hier hinten zu dem Trichter zu kommen. Achso, weil hier vorne noch ein Block zu viel ist. Genau. Wir müssen natürlich darauf achten, dass dann hier kein ganzer Block ist, sondern eben eine Scheibe, damit die Items dann hier auch durchkommen. Habe ich jetzt vergessen, aber sollte eigentlich klar sein. Und jetzt können wir einmal nachgucken, ob das Ganze funktioniert hat. Wir haben jetzt hier eine rote Wolle eingesammelt. Also müssen hier vier Stück drin sein. Das stimmt. Bei gelb müssen es fünf sein. Und auch bei grün müssen es fünf sein. Und auch bei blau sind es fünf. Das bedeutet, die Farm funktioniert soweit. Und ihr könnt natürlich jetzt die Items austauschen. Ihr könnt das Ganze auch noch ein bisschen hübscher bauen. So sieht das ja nicht wirklich noch was aus. Ihr könnt es einfach irgendwie hübsch dekorieren. Wie gesagt, ich bringe auch bald Tutorials dazu, wie man einfach hübsche Lagersysteme auch bauen kann. Und wenn ihr bis hin geschaut habt, würde ich sagen, schreibt mal Hashtag Lager in die Kommentare. Ich hoffe, das erste Video von 2021 hat euch soweit gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.